Jo Leute, was geht ab? Los wieder im Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite und wir befinden uns hier auf dem PTS und es kommt ein neuer Gott raus in der Zukunft. Ich habe schon ein paar Gameplays von ihm gesehen, wollte es aber selber mir den Dude auch nochmal angucken. Das ist der gute Erlang Shen. Inklusive Doggy. Inklusive Doggy mit schöner Perlenhalskette und einem gelben Rücken und einer gelben Nase, beziehungsweise obendrauf die Nase. So, das sind wichtige Details auf jeden Fall. Wir wollen uns den Gott auf jeden Fall ein bisschen näher angucken und da fangen wir mal mit der passiven an. Das ist nämlich schon dieser heulende Himmelshund da. Jedes Mal, wenn Erlang Shen seine Gegner mit einem Grundangriff trifft, trifft auch sein Hund mit 15% seiner Grundangriffskraft. Diese Angreife können Gegenstände für Grundangriffe mit 15% ihres Normalschadens auslösen und kritisch treffen. Ne, das heißt, äh, zum Beispiel, wenn ihr einen Todesbringer baut, sag ich mal, ne, dann, äh, krittet der Doggy mit. Da kennt er nix. Der krittet einfach voll mit drauf. Ähm, und, äh, das kann natürlich dann einfach nochmal so ein 15% Bonus dann als Crit, das kann natürlich schon ein böser Schaden sein. Also, äh, ich denke, ich denke schon, dass es schon böse sein kann. Ist halt, ähm, ja, Single Target Damage wird ja auf jeden Fall sehr, sehr stark sein. Vor allem auch, weil er noch die Eins dazu kommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie das heißt hier. Schwäche entdecken heißt das, glaube ich. Erlang Shen öffnet sein drittes Auge und erkennt die Stärken und Schwächen eines Gegners. Während die Fertigkeit aktiv ist, verursacht Erlang Shens Angriffe zusätzlichen physischen Schaden und ignoriert Bewegungseinschränkungen durch Grundangriffe. Erfolgreiche Grundangriffe während der Abkriegszeit für kürzen die Abkriegszeiten der Fähigkeit. Okay, also wir machen das jetzt mal an hier und hau dem Ohr ihn mal richtig irgendwie auf die Fresse. Also, jetzt hat man halt noch den Bewegungsmanus. Jetzt mach ich mal die Eins an. Zack, guck mal, wie das abgeht hier. Das ist ein Fatales bis zum Gehten her. So, ich hab jetzt, ach, guck mal, wenn ich jetzt hier drauf vorhauke, wie der Kuh dann runtertickt. Also, wenn du an einem dran bist und so, du kannst es ja dann fast drei, wie lange hältst du noch? Zwei Sekunden, eine Sekunde. Jetzt ist es gerade weg und dann haben wir nur noch zwei Sekunden und jetzt kannst du es direkt wieder machen. Also, das ist auf jeden Fall für Nahkampf, also für längere Kämpfe, sag ich jetzt mal, ist der stark. Also, wenn, sag ich mal, wir im Late Game sind und beide kloppen auf sich ein und er kann dann quasi durchgehend dann die Eins anhaben, wenn die auf sich draufschlagen oder die ganze Zeit trifft, das kommt dann natürlich dazu hinzu. Das schätze ich schon und sehr stark ein. Dann haben wir die zwei. Das ist so ein, er wirft hier seinen Speer, glaube ich, ne? Festnageln heißt das. Er langständig wirft einen Speer, der seinen Gegner beim Treffer Schaden zufügt. Gegner in der Mitte des Lebensbereichs werden zudem verwurzelt und verkrüppelt. Die Zeit ist so, ja, eine Sekunde, 1,15, 1,3, 1,45, 1,6, 1,75 beim Leveln. Und das ist hier der gute Wirkungsbereich. Also wie gerade geschrieben, wenn du dieses Ding in der Mitte, wenn du das triffst, ist da verwurzelt und verkrüppelt. Wenn du den Außen triffst, ist da nichts. Ich mach jetzt mal Max Range. So, verkrüppelt. Ja. Äh, verwurzelt. Und wie das verkrüppelt ist da dieses Gelbe um ihn rum. Ähm, das, äh, ja, so ein Long Range Stun, den du über Minions hinweg schießen kannst. Nicht so irgendwie wie Anubis oder so. Ne, Moment. Doch, also du musst ganz was natürlich auch machen. Das war Fail. Okay, ähm, aber eine nette Fähigkeit. So, jetzt kommt die lustigste Fähigkeit. Erlang Schell verwandelt sich in einen Nerz oder eine Schildgründe und stimmt vorwärts. Nerz fügt allen Gegnern Schaden zu und stoppt beim, beim ersten getroffenen Gott und erhöht 6 Sekunden lang die Angriffsgeschwindigkeit. Schildgründe wirft alle Gegner im Weg, wirft alle Gegner im Weg in die Luft und gewährt 12 Sekunden lang ein Gesundheitsschild. Also wir machen jetzt erstmal den Nerz hier und dann hauen wir mal den, den, ähm, Odin weg. So, auf geht's. Mio, zing. So. Und jetzt habe ich Attack Haste und dann mache ich noch die Eins an und dann geht es jetzt richtig ab. Ähm, so. Und was mit dem Folgen das machen wir gleich mit der Schildkröte. Ähm, die gibt ja ein Schutzschild. Äh, was ich auch schon in den Videos gesehen habe, wenn du dann mit der, ähm, wenn du mit der Emelie-Kurven fliegst beziehungsweise läufst, dann sieht das wohl so aus wie so ein, wie so ein driftendes Auto. Ne? Ich sag nur, Stichwort Fast and the Furious. So. Auf geht's. Schildkröte. Mio, wuhuhuhuhuhui. So. Und jetzt haben wir hier, äh, das Schild. Und, äh, oh, da kann der Rau ruhig kommen, wie er will. So nicht, meine Freunde. Okay. Äh, das war die 3 auf jeden Fall. So. Und die, ähm, Ulti ist, äh, 4 Sekunden after activating this ability Elang Shen is still alive. He is healed to a percentage of his maximum health. After what enemy gods will have chained. Damage him during this first stunt. Ah, okay. Also, wenn man die Ultra macht und er, also innerhalb von 4 Sekunden immer noch im Leben ist, also nicht gestorben ist, ähm, wird er geheilt zu einem Prozentsatz von his, von seinem maximalen Leben. So. Ähm, und wenn diese 4 Sekunden rum sind, ist die Ulti quasi auch rum. Und alle, die ihm Schaden verursacht haben, ähm, werden gestunt. Stunt Duration 0,8, 0,9, 1. Also, zum Abhauen ist das bestimmt geil, aber auch zum Angreifen, denke ich mir, ist das auch geil. Ne, sagen wir mal, man weiß irgendwie schon, okay, da steht ein krasser Fight an. Ähm, ich mach die Ultran und weiß, wenn ich 4 Sekunden überlebe, werde ich übelst geheilt. Ähm, das kann einem 1 vs. 1 echt böse sein, auf jeden Fall. Hey, hey, ruhig bleiben, mein Freund. Ich mach das jetzt mal an hier. So, er wird auch noch getaunt, da steht in dem Tooltip gar nicht. Ich weiß jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich geheilt wurde. Er hat mir halt auch nicht so viel Schaden gemacht. Ähm, aber ich war auf einmal wieder voll. Das war, äh, schon ganz nett, aber ich hatte halt auch nicht viel verloren. Ähm, was hier gar nicht drin steht, ist, dass, ähm, das am Anfang noch ein Taunt ist, oder? Afterward, irgendwie Gott, so Damage, natürlich ist es für ein Stunt. Also, er hat am Anfang, äh, am Anfang der Ulti ist auch noch ein Taunt, wo du Leute halt taunten kannst. Ähm, genau. Ähm, das ist Erlang Shen, inklusive Doggy. Ähm, meiner Meinung nach, krasser Nahkämpfer. Also, ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt so krass wie ein Bakasura ist, weil Bakasura schon einen richtig krassen Schaden raus hat, vor allem auch im Early Game. Ähm, hat einen Stun, ne, also, wenn man ihn im Jungle spielt, kann er richtig, richtig krass ganken. Ähm, hat auch noch, ja, sowas wie Sun Wukong, so, äh, in etwa, kann, das entweder defensiv, oder auch eher offensiv einsetzen, je nach, je nach, je nach dem. Und, ähm, ja, One vs. One. Also, wenn, ihr wird auch ein Frosthammer empfohlen, das ist für mich auch völlig klar, ja, also, wenn ihr da einmal dran seid am Gegner und damit eins euren Bewegungsmalus auf, auf, äh, aufgeht. So, dann machst du hier noch den hier und dann wird er getauntet und dann kannst du hier einen schon wieder anmachen und, äh, ein Stunhaus noch raus und, äh, ja, kannst du hier den noch machen. Ähm, ich denke, dass es ein richtiges One vs. One Beast wird. Äh, vor allem mit Ulti ab, das ist, könnte knackig werden. Okay, ich bin mal gespannt, den, äh, den dann wirklich in-game zu zocken. Ähm, ich, äh, ja, das empfohlene Bild, äh, relativ interessant. Da der auch, da das Viech auch kritten kann, also diese kleine Doggy, hätte ich vielleicht auch noch ein Crit-Item mit reingenommen. Ähm, aber das muss man sehen. Ähm, das schauen wir mal an. Okay, ich hoffe, das hat euch einigermaßen gefallen. Ähm, wieder ein sehr interessanter Gott. Das habt ihr gut gemacht, Hi-Rez. Das habt ihr gut gemacht. Und, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Gameplay. Und, äh, ja, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Äh, bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao. Don't kill me, Ra, please. Schnell raus, bevor ich hier sterbe bei gegen Ra. Ihr wisst Bescheid. Ciao.